Achtung! Der Wald erfüllt eine wichtige Funktion im Klimawandel. Er speichert nämlich Kohlenstoff. Wir wollen wissen, wie viel. Um den Kohlenstoffgehalt im Schweizer Wald besser berechnen zu können, haben wir uns einer Holzernte angeschlossen. Im Kran der Erntecrew haben wir eine Waage eingebaut. Und mit dieser Waage können wir ungefähr 30 Bäume wägen mit ihrer Krone. 3.317 Kilo! Der Durchmesser auf 1,30 ist 41,7 cm. 40,2 cm. Der Durchmesser auf 7 Meter ist 36. Für weitere Messungen schneiden wir von jedem Baum Stammscheiben ab. Um das Frischgewicht zu bestimmen, wägen wir sie vor Ort. Danach bringen wir sie für weitere Untersuchungen in die Schreinerei der WSL. Dort schneiden wir Keile und kennzeichnen sie. Im Labor messen wir das Frischgewicht der einzelnen Keile. Mittels Wasserverdrängung bestimmen wir deren Volumen. Das funktioniert, weil wir wissen, dass Wasser 1 kg pro Liter wiegt. Danach trocknen wir die Holzkeile bei 85 Grad Celsius, um alles Wasser verdunsten zu lassen. Die getrockneten Holzkeile werden wir später nochmals wägen. Die Keile zermahlen wir zu Pulver. Dieses verpacken wir in Alupapier und machen Kügelchen für die Bestimmung im Carbon-Nitrogen-Analyser. Daraus ersehen wir den Kohlenstoffgehalt. Mittels all dieser Analysen berechnen wir nun neue Umrechnungsformeln zur Berechnung des Kohlenstoffs am stehenden Baum. Das heisst, wir wollen anhand einfacher Messungen am Baum eine Umrechnungsformel haben, mit der wir den Kohlenstoffgehalt des Baumes berechnen können. Damit und zusammen mit den Daten des Schweizerischen Landesforst-Inventars berechnen wir nun Kohlenstoff für grosse Regionen der Schweiz und auch für die ganze Schweiz. Die Daten für die ganze Schweiz gehen unter anderem ein in die Erstellung des Schweizerischen Treibhausgas-Inventars. Dieses wird jedes Jahr vom Bundesamt für Umwelt erstellt.